Ich würde Ihnen noch etwas sagen, weil ich das wirklich scheinheilig finde. Herr Gretzmann, Sie sich hierhin stellen und lamentieren über die hohen fossilen Energiekosten im letzten Jahr. Ich muss sagen, Ihre Partei hat uns unfassbar abhängig gemacht von russischem Gas. Und Sie ganz persönlich haben auch 2019 gesagt, enge Verbindungen wirtschaftlich zu Russland, würden auch dessen alle Machtfantasien eindämmen, was offensichtlich nicht gestimmt hat. Auch Sie haben uns abhängig gemacht von russischem Gas. Und jetzt medieren Sie dafür, weiter abhängig zu sein von Gas, weiter abhängig zu sein von fossilen. Damit machen Sie und ehrlich gesagt auch die Union sich zum Garant für unbezahlte Haltkosten in der Zukunft. Das ist nicht der Fall. Sie sagen nichts zum Thema Atomkraft. Eine vorhandene Energieform, die locker drei Jahre, sechs Jahre weiterlaufen könnte. Und wir würden jetzt nicht mehr CO2 ausschließen. Und dann habe ich deutlich gemacht, dass ich bereit bin für...